So, dann heißt es jetzt mal ein Turnbeutel. So, und ich brauche jetzt auf jeden Fall Minimum zwei Stacks. So, fang an zu laufen. Jetzt geht's wieder nimmer. Willst du mich vergackeiern? Der will mich verarschen. Echt? Live und in Farbe, der will mich echt verarschen. So, nochmal Deployer. Okay, ich reiß mal wieder alles ab. Äh, das geht mir so auf den Keks. So, ich brauche bitteschön nochmal einen Hebel. Oh, ich habe sogar noch einen Einstecken gehabt. So, das heißt jetzt Deployer. Äh, du kommst mal in die Mitte. Fackelnzimmer momentan wurscht. So, das geht auf jeden Fall schon mal. Und der Timer ist da oben. Okay, dann heißt es nochmal eine Sekunde weniger. Und jetzt bin ich gespannt. Es geht auf jeden Fall. Mir egal, Hauptsache es geht. Nett. So, und dann kann ich mir schnell einen Steak reinpfeifen. Ein Steak reinpfeifen, kein Kabel hinstellen. So, das heißt ich habe jetzt 60 Stück. Eins. Zwei. Okay, wir brauchen, ich brauche jetzt auch, was heißt wir? Ich, ich brauche jetzt, äh, Kabel, dass ich umfalle. Und zwar, ich brauche jetzt, äh, ich brauche jetzt, bis ich umfalle. Okay, das heißt jetzt, ähm, Redstone. So, schön. Rein damit. Ich bin ja schon wieder froh, dass ich schon wieder komplett durcheinander im Inventar habe. Äh. So, das heißt, ich habe jetzt elf Circuits. Äh, ich habe das, ich habe das. Okay. Okay. Refined Iron. Jopp. Ich habe jetzt ernsthaft überlegt, ob ich es brauche. Oh. Okay, dann heißt es jetzt, ähm, du kommst dahin, du kommst dahin, ja, beziehungsweise Stopp. So, dann kommt erst mal der da dahin. Danke. So, schön. Das heißt, ich habe wieder ein wenig Kabel. Okay. Ich brauche auf jeden Fall vier, acht. Also, wir reichen definitiv die Circuits nicht. Und die Kabel würden wir auch nicht reichen. Ja, ich gehe auf die Seite, weil ich brauche, ähm, ein leeres Inventar. Ja. So, das sind jetzt eins, zwei. Drei. Vier. Das war der erste. Eins, zwei. Und eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. So, das sind schon wieder drei. Vier. Eins. Eins. Und zwei. Und drei. Eins. Zwei. Eins, zwei. Und ich brauche noch mal genau drei. Sehr schön. Dann hätte ich gesagt, habe ich jetzt meine, äh, zwölf Upgrades. Aber ich muss nur aufpassen, dass es da von oben keiner runterplumpst. Jetzt heißt es nämlich, sie werden beschleunigt. Hm. Okay. Dann schauen wir mal. Wir haben schon 35, äh, Dark Matter. Juhu. So. Weil ich ja nicht weiß, was ich machen soll. So. Und du wirst dann auch gleich umgebaut. Hier läuft dann, äh, Red Matter durch. Vielleicht baue ich sogar einen zweiten noch gegenüber, dass dann die Kiste komplett mit, äh, ja, Red Matter befüllt wird. Ist eigentlich eine gute Idee. So. Okay. Das heißt jetzt, ich habe jetzt gebaut, ähm, vier Upgrades für alle drei Maschinen. so. Ah. Lass du mal ein wenig was schaffst. Ist mir so zu langsam. du auch. Hau mal hier ein wenig drauf, Mann. Sogar der kommt mal lahmarschig vor. Ab jetzt wird's lustig. Das heißt, ich muss jetzt noch mal in Upgrades arbeiten. Und Power Upgrades brauche ich auch. Schön. Das heißt jetzt, wie viele Circuits habe ich noch? Ich habe noch vier. Das heißt, ich könnte jetzt genau noch ein Upgrading machen. Rucksack. Gummi rausnehmen. Schauen wir mal, wie viel das wir hinkriegen. 42 Stück habe ich geschafft. Viel zu wenig. Viel, viel zu wenig. Gut. Das heißt, ich kriege jetzt hiervon ein Stack. Und, äh, hiervon auch. So, und dann brauche ich bitteschön äh, einen kleinen. Ja. Nee, ich bau zwei, ich bau zwei kleine. Das reicht. Und eine Alchemie-Jest. Die brauche ich. So, der kleinste hat drei. Ist voll. So, bevor ich jetzt, äh, Blödsinn baue. Eins, ne, verdammt. Zwei, drei. Drei. Weg. Und weg. Okay. Dann heißt es, der Rubber kommt wieder hier rein. Wunderbar. So, so lange warte ich jetzt auf jeden Fall noch. äh, beziehungsweise das kommt mal da rein. So, und das war ein Stack. Und das bleibt jetzt in meinem Rucksack. Okay, das heißt, ich habe jetzt, äh, genügend Kabel, hoffe ich mal, äh, um endlich ein paar vernünftige Circuits nachher zu stellen. Zehn. Zehn. Achtzehn. Nett. Okay, äh, dann hätte ich gesagt, machen wir hier mal aus. So, dann heißt es jetzt wieder, den Rubber aufräumen. Oh, die schmeiße ich gleich wieder an. Ich habe da mir noch was gefunden. So. Es kann jetzt weg, der Pfeil, das Glas. Du gehst runter. Du gehst drüber. Äh, du gehst da hin. Schön. Das heißt, ich müsste jetzt genau immer einen kompletten hinkriegen. So, das heißt, ich habe jetzt hier vier. Fünf. Sehr schön. Äh, ja. Rucksack, äh, Geothermal weg. Brauche ich noch. Danke. Sechs. Gott. Ähm. Noch zwei. Ähm. Oh man, oh man, oh man, oh man. Puh, ich bin schon ganz gaga vor Craften. Zehn, elf und zwölf. So, und ich brauche jetzt noch das Upgrade, und zwar das Energy Storage Upgrade. und das brauche ich auch sechsmal. Wobei, Moment. Einen kann ich ja noch bauen. So. Kabel, Circuit. und ich brauche noch mal Redstone. Drei und haha. Hat er nicht gepackt. Vier. So, ich habe jetzt 797.000 drin. und ich habe ein kleines da vier. Cool. Äh, ja. Was wollte ich jetzt machen? Hm. Dumm gucken, glaube ich. Genau. Und ich brauche nämlich noch mal Redstone. Ja, nehmen wir uns gleich noch zwei Stacks. Ja. Klack, klack. Ups. Ähm, ja. Ich hätte gesagt, ich brauche mindestens drei, also das heißt, ich brauche drei, sechs und neun. Na, super. Äh, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche auf jeden Fall Energy Storage, ich brauche Holz. Habe ich noch Holz einstecken? Ja. Ähm, Sack, jetzt brauche ich auch. Batterien brauche ich. Äh, was habe ich jetzt wieder übersehen? Verdammt, äh, Holz, ah ja, das Holz. Was brauche ich noch? Und Kabel, juhu. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, verdammt. Das Holz ausgangen. Und eins, zwei, drei, danke. Boah. Mich schock, mich schock, schock. So, äh, ich bin langsam hinterherkommen. Oh, das ist eins, das ist zwei, das ist drei. Das ist eins, das ist zwei, das ist drei. Das ist vier. Passt, wackelt, dann hat Luft. Oh. Okay. Auch hier, drei mal Energy Upgrade. warten, bis er geladen ist. Eins, zwei, drei, vier. Mich seit ich kann es sogar noch schneller machen. Aber ich hätte gesagt, äh, das werden wir schon so hoffentlich hinkriegen. zwei, drei, so, und der letzte. Hervorragend. Alter, ist das schwer. So, das heißt, wir gehen jetzt vier nach hinten. und sechs nach vorne. Ah, super. Ich bin ja schon jedes Mal froh, wenn ich es überhaupt schaffe, zu treffen, meine ich. Gut, das heißt, du kommst da rein. Und du kommst da rein. Okay. es ist wie fang den Hut oder so. So, da zwei, da sechs. Du kommst da rein. Vielen Dank.